Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play News for My Bob 3, heute in der Luft, in einer Hebswelt. Oh Mann, Luft. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwas mit Luft, glaube ich. Nee, ja. Marek hat die Musik? Nee, vielleicht dir nichts lassen sollen. Man muss ja nicht unbedingt alles ausprobieren. Ja, genau. Na, ja, ja. Nochmal eine Chance für mich, mehr zu bekommen. Noch mal eine Chance für mich, mehr zu bekommen. Das ist schon bisher. Das war's. Ja, 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 ja. Na, ja, 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 ja. ich denke es war genau so kommt ich muss es ja probieren so schöne bäume so nein grüner schalterpalast ja gut man schafft es auch ohne etwas schwieriger ja wie jetzt alle beide was okay okay dann doch nicht mehr so okay wo nein so wollte ich es nicht nicht ja jedenfalls geht es los auch toll wenigstens weiß ich das hier unten vielleicht nicht doch was man kann es ja probieren ja naisten stelle hallo und stelle anstrengend was sie damit die erste St ein altes wie noch nie okay ich muss die Dinger hier. Den liebe ich auch. Ne, ich liebe die echt. Okay, da ist ja nichts drin. Ja. Hier ist schon eine, die was zu sagen hat. Ein bereits zerstörter Block. Oh, nice. Ähm, damit kann ich wahrscheinlich jetzt nichts anfangen. Ego war also eine Falle. Das weiß ich noch. Und Ego war auch hier mal oben. Das glaub ich noch. Naja. So war es jetzt nicht gebläut. Aber jetzt fähig ich nicht mehr. Ganz sicher. Aber ich weiß jetzt, wie es geht. Ganz sicher. Und wenn ich ganz sicher sage, hallo? Da meint er auch ganz sicher. Okay. Schon wieder in einem Leben. Ich weiß es doch eh, dass es immer nur ein Leben wird. Okay, das ist gespielt. Jetzt verpasst ihr aber einige Leben nicht. Okay. Müll sie drin. Ja, wie jetzt? Das habe ich gar nicht gesehen, dass so runterfällt. Ich habe es nicht gesehen. Äh, ich kann mich aufregen, ja? Aber ich tue es nicht. Hä, 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 Hä. Okay. Runter damit. Ich muss da. Hä, ich muss. Es ist doch immer wieder das selbe. Ich kriege doch eh immer nur das selbe. Ich brauche doch schon gar nicht mehr mitmachen hier, ne? Ich weiß auch sowieso, dass ich eh immer das selbe kriege. Ja, wie jetzt? Nicht getroffen. Dann trifft man mich hier gleich. Ich fehle nicht mehr. Ja, ich habe es versprochen. Das selbe muss ich halt machen. Es ist eigentlich ein tolles Level. Nur wenn ich da runterfälle, so fälle, ja, bin ich halt am Ende. Hm, Popi, was? Aber dieser Blattregende gefällt mir so. Oh, ist das schön. Ja, was anderes, was sich irgendwie... wenn nachgängstwerterweise ich die überhaupt nicht so finde. Trägt mir irgendwie überhaupt nichts. Aber es ist ja das. Man kann alles bekommen. Und bei... Und alles ist es halt toll. Hey, Moment. Vielleicht... Vielleicht ist da was drin, nur wenn ich klein bin. Ey, ich wollte jetzt probieren. Vielleicht ist da was drin, wenn ich klein bin. Ach Gott, wir probieren es halt noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal. Also diese Buchstaben-Welden, also die Welden, die Buchstaben haben, das sind so Secret-Worlds. Vielleicht nehme ich mir jetzt was ganz anderes. Und Feuerblumen. Nein, es ist schon wieder ein Leben. Na, wenigstens wissen wir, dass wir dann nicht mehr sterben können. Jetzt bin ich aber echt entsetzt. So, und dieses Rase-Ding hat auch nichts an der Hand. Ey, wow, das war knapp. Ja, das Rase-Ding. Und ihr zwei habt es wohl auch. Wow, also jetzt... Also, ich bin... Vielleicht ein paar Zentimeter weitergekommen. Ein paar Zentimeterchen, ja? Ein paar. Vielleicht mache ich eine Größe ein. Meter, aber... Was war's dann? Ja, kommt schon. Jetzt kriege ich auch was ganz anderes. Das schwöre ich. Und zack, zack. Na ja. Besser als... Besser als alles andere. Wenigstens kann ich jetzt durchrasen. Vielleicht soll ich es aber doch nicht machen, dass durchrasen wird. Nein, es ist nicht verlassen. So ist es ganz einfach. Es bringt Unglück. Ich habe jetzt bestimmt schon zig Leben verschwendet. Jetzt kann ich mir mein Leben bekommen. So. Hallo. Also, das ist jetzt so viel Fails. Ich hoffe, das merkt man sich nicht für später mal. Na, wenigstens habe ich schon wieder 26. Ich bin nicht mal gestorben, aber nur ein Leben weniger wie sonst. Hm, ich gehe oben. Oben entlang. Das ist schöner. Kann man immer entscheiden, welchen Weg man lang geht. Ja, zack, zack. Nice. Ja, dieses Rasse-Ding hat es wieder mal heilig. Also, ich bin zwar draufgesprungen, aber wenn ich interessiert es... Ja, aber jetzt muss ich aufpassen. Ich muss hier übelst aufpassen. Das ist ja eine. Natürlich hier immer kein... Aber... Hm. 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 Wir haben ja die Fahne. Hm. Ja. da bin ich sicher nicht verpasst wer weiß was ich so alles verpasst hier ist ein blatt jetzt auf diesen klick von flagge aber egal was interessiert uns das wo geht es denn jetzt hier in den nahen süden und auch gar egal ach ja stimmt hier gibt bestimmt bestanden jetzt aber eigentlich verlegen wir dauernd machen aus den augen joshin so ja was ist denn diese hallo was hat der hallo du musst nicht runterfallen aber tust es aber warum war es woran bist du gestorben gut verstehe dein anliegen ich habe was gefunden naja wäre schön wenn ich da was holen könnte scheinbar nicht so ich weiß nicht ob ich jetzt auf dem pfeil sondern ich gucke einfach noch mal weiter können wir noch was sein ist vielleicht auch noch was oder ist es schon wieder das Ziel dann habe ich aber gewaltig aus verpasst oder in dieser Röhre da hinten ist noch was da muss ich jetzt aufpassen ich könnte so jetzt ist aber echt genug dann gucken wir erst in der Röhre also ja wie jetzt hast du es denn nur alle ja hallo na gut dann gucken wir halt nicht hin dann will die Röhre es scheinbar nicht dann probieren wir es hier noch ein letztes mal ja und sage jetzt wird es Zeit ein bisschen Zahn zuzulegen jetzt muss ich hoch aber eindeutig wäre gelacht wenn es nicht einmal eine Münze hier oben gäbe und ich weiß es schon nicht mehr ich weiß es ist das gestorben auch auch ich weiß auch ja sie ist schwierig ein aber dafür kommen jetzt weiter 8 Schmiedkurschen komm weiter hätte kein Mensch gedacht die sind schon alle Dinger sichtbar ach so ja stimmt was schon so ach so scheiße ich hab da oben was Yoshi und zwar nur mal grün nur mal grün naja egal äh hallo würdest du bitte Dankeschön eine Feuerblume braucht braucht der Mario Yoshi du gibst doch dem deinen guten alten Kumpel oh nice hätte ich aber nicht erwartet Yoshi jetzt ist Yoshi weg ich bekomme doch hier neun aber da brauche ich halt kein neun Yoshi ne gut Yoshi Nummer 1 Yoshi ne jetzt ist ja rosa voll Teifel Mädchenfarbe ne naja passt schon der Yoshi ist schon gut ok also der ist unbedingt nicht der ist vielleicht mehr vorbei aber aber schon angemessen ok ist mir jetzt egal ich will jetzt nice äh äh hm hm ok hier oben ist nix hm da mach ich jetzt nicht auf weil da könnte was drin sein ich könnte das oben unten sein klar ich hätte es nicht viel anders erwartet ja Yoshi du musst nicht weglaufen rote Büsche braune Büsche so so hol mir uns den Apfel frisches Obst ist gesund ha 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 oder du bleibst einfach drücken wupser ok dann eben so hm vielleicht doch hier ist es so hm 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 ich war doch gedrückt ich wusste nicht dass man runterfällt muss ich das jetzt alles wiederholen hm hm ich bin heute ziemlich schlecht hm schon mir jemand aufgefallen hm hm ich will einfach alles erkunden heute ich nix vergessen ja das ist schon eher meine Farbe Grufti mäßig aber egal hm 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 nicht so was von schnutz hallo nimm den verdammten Apfel der ist gesund so jetzt hab ich natürlich die so die Münzen nicht. So, da können Sie es hier oben. Natürlich. Natürlich. Knapp. 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 Wie ich das weiß, dass es nichts ist. Was? Nein, doch, vielleicht. So. Denn das haben wir gespielt. Ja, äh.. ich kann da unten stehen ich kann da unten stehen das lasse ich mir am besten gleich noch mal sagen okay nr wo auch hier die klasse das kräftige aus mehr ich bin doch abgesprungen dann werden wir für dieses noch länger brauchen weil wir die stark wenn ich bekommen haben wegen ja aus dem haus versuch nummer xy jetzt meinen selbst so und dieser blätter genau für diese fälle ignorieren jetzt hängt der emulator bis gleich so und das erste funktioniert sogar noch wahrscheinlich zu oft auf der drückt hier ist ein joshin ich mache mir die ganze Arbeit ja so meinst du ja nicht die hat mich schon besser gefällt So. Weiß ich auch schön. Gibt's aber auch nur jemanden. So. Nice. So. So, Blätter essen. Äh, Äpfel essen. Gesund. Gesund. So, Spaß mit jeglicher Arbeit. Ne, ja, wie jetzt. Das war halt nicht so gedacht. Ey, vollkommen. Ja, wie jetzt. Ja, wie jetzt. Das war jetzt hier eine. Wo, Monti Maulwürfel. Schnell runter. Und wo, eu, das war der Zeit. Hey, was ist das? Ey, gay. Secret Exit. Ey, gay, nein. Doch, einen Tag. Ey, gay. Okay. Genau das machen wir das nächste Mal weiter. Bis dann. Ciao, ciao. 單 schönen Tag. Bye yo. Bini. I like, bye. Bye yo.